So, wir haben mal wieder gerefft. Es weht mit bis zu 27 Knoten und wir haben noch 20 Meilen vor uns und vor einer Stunde haben wir noch eigentlich motort. Da war gar kein Wind. So, wir haben noch ein Wind. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020